Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zur ersten gehypten Foundation dieses Jahr. Ich habe es euch letztes Jahr schon angekündigt, dass es dieses Jahr viele neue Foundations geben wird und ihr kennt mich, ich liebe Foundations. Ich habe bestimmt 40 verschiedene hier und suche aber immer noch oder immer wieder die perfekte. Und heute haben wir mal ein paar Euro mehr ausgegeben. Dafür redet aber das ganze Make-up Internet über die neue Make-up by Mario Surreal Skin Foundation. Ich habe sie gekauft, ich habe eine Meinung und wir werden sie heute gemeinsam testen. Ich hoffe es geht euch gut und ihr habt alle einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Start in die Woche gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen besser unterhalten kann und ich möchte heute mit euch diese Foundation testen. Denn ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen von Make-up Hypes weg, die mich beeinflussen, die Sachen selbst zu kaufen. Sondern ich schaue nach Produkten und probiere für mich selbst zu entscheiden, ist das ein Produkt, was man auch wirklich hypen kann. Und da habe ich mich allerdings, bevor sie überhaupt rausgekommen ist, schon anhypen lassen, weil Mario, falls ihr ihn nicht kennt, Mario Divanovic, glaube ich, heißt er, ist der Make-up Artist von Kim Kardashian. Kein Kommentar zu Kim Kardashian, der im ganzen Drama. Er ist aber wirklich fantastisch, was Make-up angeht. Und er hat vor zwei Jahren eine Marke gegründet, Make-up by Mario. Und ich habe nie etwas gekauft. Mir war es ehrlich gesagt immer ein bisschen zu teuer und eine 16-Pfennige mattbraune Lidschattenpalette brauche ich nicht für 70 Euro kaufen. Bei Complexion-Produkten, also Produkten für die Haut, bin ich da aber anderer Meinung, dass man da wirklich auch mal ein paar Euro vielleicht mehr investieren kann, wenn die Produkte gut sind. Meine Aufgabe ist es, euch das Geld zu sparen, falls die Produkte nicht gut sind. Und heute testen wir diese Foundation. Das Ding ist, und damit vielleicht gleich mit der Tür ins Haus, viele haben im Internet gesagt, da ist Glitzer drin. Und wenn man sie sich ganz genau anschaut, ich blende euch mal hier was ein, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, sieht es aus wie Glitzer. Das ist aber kein Glitzer, denn Glitzer ist Plastik. Und das ist Mika. Da sind wirklich silberne Glitzerpartikel mit drin, die man aber auf der Haut so nicht einzeln wahrnehmen soll. Spoiler-Alarm, tut man nicht. Wir werden das Ganze jetzt ausprobieren. Ich habe sie in der Farbe 7C. Ich habe sie auch schon mal so ein bisschen probiert und geschaut, wie sie funktioniert. Und ich würde vorschlagen, let's go. Die Foundation kommt in, ich glaube, 30 Farben. Und hier sind 30 Milliliter drin. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht vom Packaging, weil ich habe noch nie was bei Mario bestellt. Und ich dachte, durch die Preise, die er aufruft, ist das Ganze wirklich hochwertig. Das ist Glas. Das ist aber sehr, 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 sehr schlicht. Ganz wichtig dazu aber, das Ziel von Mario ist es, glaube ich, auch mit den Produkten eher in die Make-up-Artist-Richtung zu gehen. Und das sieht schon so aus. Es ist schmal, es ist clean. Du hast hier gleich die Farbnummer drauf. Ist völlig in Ordnung. Der Deckel fühlt sich wirklich ein bisschen cheap an. Ansonsten sieht das aber sehr, sehr schön aus. Ich nehme jetzt einen Pumpstoß und mische mir das Ganze in der Hand erstmal so ein bisschen warm. Pro-Tip, macht das auch mit eurer Foundation zu Hause. Einfach so ein bisschen auf dem Handrücken anwärmen. Sie riecht nach gar nichts. Also sie riecht nicht mal nach Foundation. Wirklich nach nichts. Und ja, sie ist Tatsache ein bisschen hell. Das ist halt das Problem. Da würde ich mir wünschen, dass Sephora Deutschland Mario vielleicht ins Sortiment mit aufnimmt. Und mit den Farben ist es immer so ein bisschen schwierig. Wir blenden das Ganze mal ein. Ich benutze jetzt hier einfach den Foundation Brush und arbeite mir das Produkt von der Mitte aus so ein bisschen nach außen. Wobei ich jetzt sagen muss, ausgeblendet finde ich sie gar nicht so hell und eventuell oxidiert sie auch noch ein Stückchen. Geht extrem schnell. Uh, das war sehr schnell. Mit dem Pinsel aufgetragen ging das Ganze wirklich schneller als gedacht. Erinnerte mich so ein bisschen an die Trended Up Foundation, diese Cream to Powder Foundation. First Impression, sie ist schon ganz schön glowy. Aber nicht so krass wie gedacht. Ich nehme jetzt meinen Beauty Schwamm und gehe einfach nur mal so ein bisschen rüber. Und nehme mir die ganzen Foundation Streifen raus. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Und ich hole euch dann natürlich gleich ganz nah ran. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe sie mir wesentlich flowiger vorgestellt. Auf der Haut sieht sie deckender aus als gedacht. Also es soll eine Medium Coverage Foundation sein. Ich würde sie schon fast mittlerweile für meine Verhältnisse schon als recht hoch betiteln. Aber du siehst keinen einzigen Glitzerpartikel. Das ist wirklich, wirklich spannend. Weil das war so ein bisschen meine Angst. Wobei, es gibt im Moment auch den Trend, dass man sich wirklich Glitzer in die Foundation mischt. Dass die Haut dann aussieht wie so Edward Twilight Foundation. Ist das was für ein Alltag? Glaube ich jetzt nicht unbedingt. First Impression auf der Haut. Frisch, prall und sehr, sehr gut deckend. Näher geht es wirklich nicht. So könnt ihr das Ganze einmal erkennen. Also sie sitzt schön auf der Haut. Hat sich auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut ebenmäßig einblenden lassen. Hier im Augenlid creased natürlich jetzt gerade so ein bisschen. Aber das werden wir gleich so ein bisschen ausblenden. Und auch im direkten Vergleich seht ihr, die Poren sind zwar nicht minimiert. Sie sind durch dieses Mika aber auch nicht betont worden. Auf der anderen Seite arbeiten wir uns das Ganze nur mit einem Schwamm ein. Ich nehme nochmal ein bisschen. Mach es wieder warm. Das ist wirklich etwas, was ich probiere bei allen Foundations zu machen, wo es funktioniert. Bei der Cream to Powder Foundation funktioniert es natürlich nicht. Vielleicht wird die Deckkraft dadurch ein bisschen leichter. Ja, ich habe tatsache den Eindruck. Und eventuell sogar ein bisschen glowiger im ersten Ansatz. Du kannst natürlich die Deckkraft viel, viel leichter mit einem Schwamm reduzieren. Schaut mal, wie viel weniger Deckkraft das ist. Weil einfach der Schwamm natürlich auch noch ein bisschen was schluckt. Ich bin ehrlich, also auf der Schwamm-Seite ist es jetzt gerade ein bisschen glowiger als mit dem Pinsel. Liegt aber auch einfach an der Feuchtigkeit nochmal im Schwamm. Ich habe ja schon viele Foundations getestet. Und bei manchen Foundations war ich wirklich so, wow. Das ist nett. Das ist schön. Das ist wirklich hübsch. Ist jetzt aber nicht, wo ich sage, wow, diese Foundation hat jetzt schon mein Leben verändert. Sie sieht, verstehe mich nicht falsch, sie sieht wirklich, wirklich schön aus. Wir lassen sie jetzt auch mal ein paar Minuten auf der Haut, bevor wir sie setten und weiter bearbeiten. Denn ich habe noch etwas anderes gekauft. Und das wollte ich schon lange haben. Und das ist der Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Das ist ganz spannend. Ich habe den schon benutzt. Ich finde den sehr, sehr cool. Ich konnte nicht abwarten. Das ist ähnlich optisch wie so eine Mousse. Sobald ihr aber reingeht, schmilzt das. Und das ist wie ein Bronzer, aber der sieht auf der Haut nicht ansatzweise wie ein Bronzer aus. Ich nehme mal einen Pinsel und trage mir den hier auf. Das ist wie so eine, also es ist schon ein Bronzer. Ich habe ihn in der Farbe leid. Aber der gibt der Haut eigentlich nur Farbe ohne zusätzliches Produkt. Weil der so leicht und so wässrig ist, das ist verrückt. Schaut euch das bitte einmal an. Ich habe jetzt wirklich nur die eine halbe Seite gemacht. Und das Ganze ging extrem schnell. Ich habe hier diesen BH und Bella Pinsel genommen. Das ist leichter als ein Bronzer. Also wenn wir uns beispielsweise den Kaya Bronzer im Vergleich dazu anschauen. Der ist ein bisschen schwerer. Der ist ein bisschen pigmentierter. Der ist auch pigmentiert. Der sieht aber auf der Haut. Und das ist der Glow, den ich erwartet habe von der Foundation. Die ist zwar Glow, aber das hier ist wie Sonnencreme mit Bronzer optisch. Was ich mir wünschen würde, für einige von euch würde es auch klappen. Wenn das eure Hautfarbe ist, probiert das bitte als Foundation aus und schreibt mir, falls ihr den habt, wie es ist. Weil ich glaube, dass dieses Finish wunderschön auf der Haut aussehen würde. Dieses leichte, super, super Glowige. Schaut euch das mal bitte an. Ich mache es nochmal. Ich gehe hier rein. Eins, zwei, drei, vier. Einfach so ein bisschen rauf. Und da sind wir wieder bei diesem Trend, dieses Bronze to go, was ich euch Ende letzten Jahres gezeigt hatte. Bam. Und jetzt seht ihr auch, jetzt wird es glowy. Das First Impression, beziehungsweise zweite, dritte Impression, die ich ja jetzt damit schon hatte. Mega. Und so langsam seht ihr es, glaube ich, auch die Foundation wird warm. Die Foundation verbindet sich mit der Haut. Und jetzt sieht das Ganze wirklich echt hübsch aus. Auch hier hole ich euch natürlich gleich nochmal ein Stückchen ran. Das ist schon sehr, 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 sehr viel. Aber, wie gesagt, wenn man vielleicht auch keine Foundation benutzt, sondern nur diesen Skin, wie heißt das? Soft Sculpe Transforming Skin Enhancer. Das ist schon nice. Ich würde jetzt mal mein Make-up fertig machen. Ich nehme euch den Schnelldurchlauf mit. Und dann zeige ich euch nochmal das fixierte, gesettete Ergebnis. All right, das ist das gesettete Ergebnis. Wirklich sehr, 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 sehr ebenmäßig. Aber trotzdem kommt diese leichte Bewegung durch. Nicht so, wie ich gedacht habe. Man sieht schon auf der Stirn, ne, dass so ein bisschen Bewegung mit drin ist. Ich fände es tatsächlich ganz spannend, das mal zu sehen, weil das wirklich jetzt gesettet eine ganz andere Texture ist, als ich erwartet habe. Ich hole euch auch nochmal ein Stückchen näher ran. Wir werden heute definitiv keinen Setting Spray benutzen, weil ich sehen will, wie die Foundation mit den eigenen Ölen der Haut reagiert. First Impression, schön. Sieht hübsch aus, sieht jetzt aber, das klingt so doof, ne, ist jetzt aber auch nichts Weltveränderndes. Bis jetzt. Es ist 8 Uhr 26. Wir starten in den Tag. Ich werde euch ein paar Mal mitnehmen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr könnt jetzt gerne einmal schon mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Finish auf der Haut gefällt. Habt ihr eine Meinung dazu? Kennt ihr Produkte von Make-Up bei Mario? Habt ihr vielleicht Favoriten? Und wenn ihr wollt, suche ich euch da für einen Tube raus. Bis später. Mittlerweile ist es 12 Uhr 11. Das heißt, ich habe den ganzen Spaß mindestens viereinhalb Stunden jetzt schon drauf. Ich habe ja sehr, sehr früh angefangen. Mir ist was aufgefallen und das ist ganz verrückt. Ich glaube, ihr könnt es auch jetzt schon erkennen. Ich drehe mich immer mal so ein bisschen. Ich habe ja zwei Produkte gleichzeitig benutzt. Einmal die Foundation und einmal dieses, wie heißt es denn überhaupt nochmal? Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Ihr seht es, glaube ich, vor allen Dingen hier in dem Bereich, wo ich den Enhancer aufgetragen habe, dass es sehr frisch aussieht. Und ich habe den Bereich ja auch nur ganz, ganz leicht gesettet. Unter den Augen habe ich gebakt. Ich habe gerade so eine neue Technik für mich entdeckt. Das habt ihr ja gesehen, wie ich erst mit dem festen Puder und dann mit einem Baking Puder rübergehe, einfach um es noch ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Der Bereich, wo ich wirklich wenig Puder benutzt habe und diesen Skin Enhancer benutzt habe, gefällt mir tatsache extrem gut. Also ihr seht es auch hier auf der Stirn. Es sieht sehr frisch aus. Das Make-Up Overall, und das ist ganz spannend, sieht für die hohe Deckkraft, die sie ja dann doch am Ende hatte, sehr lebendig aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur an der Kombination zwischen dem Skin Enhancer und der Foundation lag, oder ob diese... Nee, das ist die Foundation. Ihr seht es ja auch hier in dem Bereich. Ich hole euch mal näher ran. In dem Bereich hier vor allen Dingen an der Stirn, dass es... Es ist zwar mattiert, aber nicht so platt. Hier an der Nase habe ich, glaube ich, sogar ein bisschen viel benutzt. Also das ist vermutlich wieder so eine Foundation, die noch schöner aussieht, wenn man weniger benutzt, was für die Foundation dann am Ende spricht, weil du halt nicht zehn Pumpstöße brauchst, um ein schönes Ergebnis zu haben, sondern wenn du nur zwei verbrauchst, hast du länger was von der Foundation und das Ergebnis ist schöner. Also es ist keine Foundation, die man als Full Coverage Foundation benutzen sollte, sondern eher wirklich als Medium. Ich habe auch ganz spannend eben einen Podcast gehört, Glossy Beauty Podcast heißt der. Da war Mario selber mit dabei und hat so ein bisschen was über seine Brand erzählt und das fand ich ganz spannend, dass er von der Make-Up-Artist-Sicht Produkte probiert so zu machen, dass sie für den Endkonsumenten, für die Endkonsumentin funktionieren. Also beispielsweise dieser Skin Enhancer, er hat so eine Drei-Schritte-Technik gehabt, um bei Kim oder bei seinen Klientinnen Make-Up aufzutragen und er hat seine Techniken in ein Produkt gebracht, um es Anwenderinnen freundlich zu machen. Und das fällt mir Tatsache auf, weil du jetzt hier beispielsweise nicht mehr so einen Skin Luminizer benutzen musst, du musst nicht unbedingt Puder benutzen, sondern sie wird ja dann bei Hautkontakt immer ein bisschen frischer und fixiert sich auch so ein bisschen selbst und ist sehr, sehr leicht zu benutzen. Heißt also, wir werden die Foundation jetzt noch weitere Stunden auf meinem Gesicht lassen. Das Einzige, was ich jetzt mache, das hat mich den ganzen Tag schon gestört, sind die Augenbrauen, die sich ein bisschen in die richtige Richtung würsten und dann sehen wir uns später nochmal, ihr süßen Beul. Wir müssen reden. Es ist mittlerweile fast 5.17 Uhr, 16.56 Uhr ist es. Es ist was passiert und das habe ich bei einer Foundation noch nie erlebt. Und das ist wirklich, wirklich spannend, weil ich auch das Problem schon erkenne. Und das haben wir selten bei einer Foundation Review Schrägstrich First Impression. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, auf die Entfernung oder auf die Entfernung sieht es schön frisch und schön glory aus. Ich hole euch jetzt mal ran. Und ich glaube, da fällt euch vor allen Dingen hier im Nasenbereich und auf der Stirn etwas auf. Der Nasenbereich ist ganz spannend geworden. Das ist auch üblicherweise der Bereich, wo ich am schnellsten nachpudern muss, was völlig normal ist. Hier sitzen einfach die Teigdrüsen, die natürlich ein bisschen mehr produzieren, als weiß ich nicht, hier an der Backe. Das Spannende ist aber, dass die Foundation sich wirklich nur in den Nasenflügeln etwas separiert hat. Ich glaube, da könnt ihr es ganz gut erkennen. Hier. Sie hat sich wirklich separiert aufgrund von den Ölen. Sie sieht auf die Entfernung aber noch ganz gut aus. Genauso wie an der Stirn. Da könnt ihr, glaube ich, erkennen, dass da, wo ich wirklich gepudert habe, das Ganze noch verhältnismäßig in Ordnung aussieht. Aber sobald ich mich so ein bisschen drehe, hat die Foundation sich etwas abgetragen. Versteht mich nicht falsch. Das Allgemeinbild sieht wirklich nicht schlecht aus. Die Haut sieht sehr, sehr frisch aus. Ich glaube, es gibt zwei Probleme, die man nicht so wirklich beheben kann beim Tragen. Also, anders. Es ist eine Foundation, die sehr, sehr schön in der Kamera, auf Fotos, auch im echten Leben aussieht. Aber nur, nur acht Stunden. Vielleicht sechs bis acht, je nachdem, wie man sie einarbeitet. Ich glaube, dass das eine Foundation ist für jemanden, der abends ins Restaurant gehen möchte und schön aussehen möchte. Das ist keine Foundation für den Alltag. Und das finde ich ganz spannend, weil die meisten Foundations, die rauskommen, sind, ah, die halten 48.000 Tage und du kannst die den ganzen Tag beim Shoppen, beim Schwimmen, beim Gartenabriss, beim Hausbau, kannst du tragen und die hält. So wurde nicht vermarktet. Das ist wirklich spannend. Sondern es ist eine Foundation, die die Haut perfektioniert. Ich schaue jetzt noch mal kurz auf die Seite. Long Wearing Coverage. Also, hier steht Long Wearing drauf, aber es steht keine Stundenangabe. Und das ist wirklich ganz spannend, weil die meisten Foundations wirklich sagen, wir halten zwölf Stunden und das sieht wirklich phänomenal aus. Das hat sie jetzt nicht wahr. Sie hat gesagt, okay, wir sind langanhaltend. Und ich glaube auch, dass sie wirklich langanhaltend ist. Ich vermute aber, dass aufgrund der Formulierung nicht alle Produkte miteinander funktionieren. Mit dem Concealer hat das nach dem Pudern sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass die Foundation aber definitiv einen Primer braucht, der die Foundation so ein bisschen festhält, weil sie sehr leicht ist und sehr airy und das alles so natürlich aussieht. Könnt ihr mir folgen? Beispielsweise den Milk Hydro Girl Primer, der die Foundation wirklich fixiert. Ich habe auch keinen Fixing Spray benutzt. Ich habe nur einen Wasser Spray benutzt. Und ich glaube, dass wir etwas brauchen, was die Foundation an den Stellen festhält. Ich würde sie definitiv auch weiter tragen. Ich werde sie auch weiter tragen und weiter ausprobieren, weil ich glaube, dass viel Potenzial in dieser Foundation steckt. Man muss sie erstmal ein bisschen kennenlernen. Und das ist halt genau das, was Mario probiert, mit dieser Brand zu machen. Dieses professionelle Make-up für Make-up Artists, für Fotoshootings, für Videoshootings, konsumentinnenfreundlich zu machen. Braucht aber in dem Fall noch ein Stückchen mehr Arbeit, weil die Formulierung halt sehr professionell ist, sich gut fotografieren lässt, sie aber im Alltag so ein bisschen mehr Hilfe braucht, glaube ich, um sie wirklich als Tagesfoundation zu benutzen. Für wen ist das etwas? Vielleicht für jemanden, der sich nicht sehr oft schminkt, die vielleicht ab und zu Make-up tragen möchte und auch nur zum Essen gehen, zum Ausgehen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu auf. Ich glaube auch, dass ich zu viel davon benutzt habe, dass wirklich weniger mehr ist. Denn dann entsteht halt nicht das hier, dass sich das so optisch auch so stark separiert. Dafür hätte ich aber eine andere Farbe gebraucht, weil die mir ein bisschen zu hell ist. Ich gucke mal, dass ich das morgen nochmal mit Darkening Drops ein bisschen dunkler kriege. Auf jeden Fall super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mir auf jeden Fall noch mal ein paar Gedanken über die Produkte gemacht. Also die Foundation, es ist auf jeden Fall eine gute Foundation. Ich finde 51 Euro ist für, das soll nicht doof klingen, aber für den Normalgebrauch, so wie du und ich, ein bisschen viel, weil sie jetzt wirklich nicht viel gemacht hat. Also es gibt ja beispielsweise Foundations, die die Haut auch besser machen sollen. Das ist hier nicht deklariert. Also die soll einfach nur gut aussehen, aber nicht die Haut beeinflussen. Und da würde ich dann schon mal den Unterschied machen. 51 Euro für eine Foundation, die nur gut aussieht, finde ich im Vergleich zu dem, was es auf dem Markt gibt. Ein bisschen viel für den regulären Gebrauch. Der Skin Enhancer im Vergleich dazu aber ist definitiv etwas, was ich mit gutem Gewissen empfehlen kann, weil ich habe keine vergleichbare Formulierung dazu bis jetzt gefunden. Und das ist ein Produkt, was wirklich einen schönen Effekt auf der Haut macht, der auch den ganzen Tag überhält, der sehr, sehr vielseitig einzusetzen ist, den man mit Sicherheit auch all over the Dekolleté und überall benutzen kann. Deswegen, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Und wir vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf! Und dann? Ich danke euch.